Sonnenaufgang in Tolo am 15.05.2022, wieder ein wenig zu spät. Gegenüber dem errechneten Termin, weil sie den Burbaki-Hügel erst einmal hochklettern muss. Es hat 17 Grad Celsius und weht ein warmer Wind, oder sagen wir ein indifferent temperierter Wind. Es ist ein Hauch von Westen. Die Sonne scheint, die Vöglein brüllen, ein schöner Tag sich einzumüllen. Nein, die Vöglein singen, die Vöglein singen, ein schöner Tag sich umzubringen. Fette Orange. Schöne!